herzlich willkommen zu einer neuen folge des podcast erfolg ist kein zufall heute mit florian wagner der dieses buch hier geschrieben hat nennt sich rente mit 40 finanzielle freiheit und glück durch frugalismus und endlich habe ich mal einen gast gefunden der sich mit dem thema frugalismus auskennt auseinandersetzt und mit mir sprechen will ich schon zwei drei frugalisten blogs oder blogger angesprochen ich glaube die hatten mal keine lust mit mir zu sprechen deswegen freue ich mich sehr dass du die zeit nimmst florian und erst mal herzlich willkommen ja super gerne danke für die einleitung ich habe schon gesagt frugalismus vielleicht kannst du denen die hier zuhören erklären und diesen begriff noch nicht kennen erstmal überhaupt sagen was das ist genau also ja frugalismus kommt eigentlich sofort von dem englischen wort frugal und die übersetzung die mir am besten gefällt davon ist genügsam manche sagen auch sparsam das passt mir nicht so gut aber genügsam trifft es ganz gut und ist eigentlich für mich so das ziel das bestmögliche leben zu schaffen also nicht zu knausern und heute nicht leben dafür später sondern einfach sich mal hinter zu hinterfragen was macht mich eigentlich glücklich und wie kann ich mein geld so einsetzen dass ich am meisten lebensfreude rausbekommen und bei vielen ist es eben auch der punkt freizeit oder freiheit das heißt wie kann ich geld auch investieren dass ich einfach immer unabhängiger werde von dem job von dem einkommen wo mein leben frei gestalten kann das ist so das frugalismus konzept für mich schöne schöne definition eine schönere als die die ich immer im kopf habe ich habe mal irgendwie ja so so gelesen und daher ist wahrscheinlich auch mein vorurteil gegenüber so ok neuer spartipp ist mal jetzt spaghetti mit tomaten soße und trink dazu ein glas leitungswasser dann hast du wieder 1 euro 50 gespart und das mal 30 im monat bedeutet 45 euro mal zwölf aufs jahr gesehen bedeutet 540 euro und wenn du das jetzt 30 jahre anlegst dann hast du summe x jahr und das ist so das widerspricht mir total und ich bin da er so bei diesem autor t half ika weiß nicht ob du den kennst der hat das muss denken millionäre geschrieben da musst du mal reinziehen ich finde ein cooles buch zum thema money mindset und er sagt er sagt sozusagen entweder oder gedenke ist denken das sind nicht klein mannes in anführungszeichen ja millionäre denken immer wie kann ich beides haben und das war so die frage die mich enorm inspiriert hat im leben und auch aus meiner aus meiner kindheit bezogen meine mutter insbesondere meine mutter würde ich sagen hat mich sehr sparsam erzogen was ich auch sehr gut finde was sicherlich einen guten einfluss hatte auf mich was war noch so sätze die mich sehr geprägt haben wie macht macht ihr nicht drei scheiben wurst auf dein brot oder so ja das ist zu teuer oder wir können nicht wir können nicht jeden tag essen gehen und das hat mich irgendwie so gepusht geprägt ja dass ich gesagt habe nee das will ich nicht will in meinem leben jeden tag essen gehen können und ich will tausend scheiben wurst aufs brot machen wenn ich das denn will ja wie ist das ist das ist das aus deiner sicht ist das jetzt deine ganz persönliche frugalismus regel oder wie denkst du über das was ich gerade gesagt habe nee genau also das war auch eigentlich die motivation für das buch also ich habe im ersten berufsjahr damals noch angestellt engineer so klassischer nine to five job und da habe ich im ersten berufsjahr den mr money moustache so einen großen frugalismus blog aus den usa kennengelernt ich habe gesehen mit jeder gehaltserhöhung gebe ich mehr aus statt zweimal die woche essen gehe viermal die woche aber ich bin nicht glücklicher und das hat mich irgendwie gestört so hey irgendwie einnahmen gehen hoch ausgaben gehen auch hoch aber das leben wird nicht besser ich gebe zwar mehr aus wird nicht besser und dann habe ich das entdeckt und gesehen wow die sind mit 40 einfach finanziell unabhängig die können machen was sie wollen der eine macht schreinerei mehr was auch immer und dann dachte ich war cool wenn geld keine rolle mehr spielt das irgendwie erstrebenswert wie machen die leute das und dann habe ich gesehen akku die hinterfragen einfach ein bisschen können die effizienter ihr leben gestalten nicht mehr sparen sondern effizienter gesünder so aus der komfortzone raus cooler und by the way mehr investieren um mehr um früher finanziell unabhängig zu werden den gedanken fand ich cool und dann gibt so financial independence week treffen in ganz europa von leuten die das cool finden und auf denen war ich dann drei vier mal und dort habe ich leute getroffen die genauso tickten die quasi gesagt haben ich will nicht abhängig sein ich muss arbeiten gehen der job macht keinen spaß aber so ist es halt muss man bis zur rente machen sondern die gesagt haben naja ich kann mein leben irgendwie ein bisschen effizienter machen nachdem die ausgaben effizient sind wie kann ich zusatzeinnahmen generieren und dann einfach früher immer unabhängig zu werden und dann kam in den medien frugalismus die leute sparen knausern coupons schneiden und dann dachte ich boah nee das ist es eben gar nicht und dann habe ich gesagt als mich der verlag gefragt hat möchte ein buch machen habe ich gesagt ja und lass mal quasi so die definition von frugalismus beschreiben wie wir die alle sehen die sich da treffen und nicht was ein journalist der einen tag was recherchiert beschreibt das hat mich immer gestört wie die medien das rübergebracht haben weil für mich hat es auch gar nicht so viel mit geld zu tun frugalismus ist vielmehr oder zumindest unsere definition von einem glücklichen leben wie schaffst du das geld ist einfach wichtig und da sich die frage zu stellen was macht mich happy wie kann ich es ausgeben und habe dann einfach bei mir ganz schnell gemerkt wo ich habe irgendwie viele ausgaben die bringen mir gar nichts die mache ich morgens im halbschlaß coffee to go genieße ihn überhaupt nicht aber mache ich halt so und wenn ich so zeug irgendwie weglas dann ist mein leben gesünder besser und wenn die ausgaben optimal sind höre ich auch auf dann will ich nicht krampfhaft weiter runter sondern sage ich so ist mein leben cool würde ich weniger ausgeben dann wäre es irgendwie schlechter also ich lasse es so ist cool und dann gucke ich wie mache ich zusätzeinnahmen also eigentlich so das bestmögliche leben zu gestalten und wie du sagst früh in den zustand zu kommen ich könnte fünf scheiben aufs brot legen ob ich es aus cholesterin etc gründen nicht mache ist dann meine entscheidung aber nur ich könnte und in diesen zustand zu kommen das ist eigentlich was so dahinter steckt und sag mal ein gedanke der treibt mich auch oft rum den hast du jetzt auch gerade beschrieben also stichwort finanzielle freiheit und der ganzen finanz community ist ja gefühlt alle wollen diese finanzielle freiheit erreichen und mein eindruck ist immer dass das bild der finanziellen freiheit gefühlt so der der so am strand sitzt und laptop hat und dann kommt so die kohle da irgendwie rauf ja obwohl es am strand mit einem laptop nicht besonders geil ist kann ich aus erfahrung sagen ja sieht nichts das spiegelt ja genau ja das ist so ein stück weit das bild und was mich irgendwie an diesem ziel so ein bisschen stört ist dass dass der punkt arbeit immer als gefühlt als negativ angesehen wird ich zum beispiel habe ich dir jetzt im vorgespräch gerade schon erzählt ich habe jetzt letztes jahr meinen job gekündigt mit dem ich relativ viel kohle gemacht habe ich glaube in spitzen jahren so knapp 250.000 euro und sonst so 190 bis dahin also wahrscheinlich mehr als die meisten mit ihrem job verdienen und diesen job habe ich dann gekündigt dementsprechend viel natürlich auch vieles weg aber ich habe mir halt während dessen während des angestellten daseins immer viel investiert und so weiter aufgebaut doch eigene unternehmung und so weiter dass mir das dann möglich war auch eigentlich zu sagen du pass mal auf moris jetzt machst du mal ein ja piano oder zwei und chillst einfach nur genießt die zeit mit der familie kind kam ja auch und dann habe ich aber eins gemerkt dass für mich ganz wichtig war dieses learning dass mich das überhaupt nicht glücklich macht wenn ich nur freizeit habe dass wir glaube ich polaritäten auch im leben brauchen oder ich brauche es zumindest für mich ja dass wenn ich sage immer wenn ich jeden tag samstag haben kann dann ist auf einmal samstag nicht mehr so wie samstag im klassischen sinne ja wenn ich jeden tag urlaub machen kann dann fühlt sich urlaub nicht so an wie 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 urlaub wie die meisten menschen kennen ja und das war das war so ein punkt bei mir was ist was ist dein ziel so dieses thema was steckt bei dir hinter diesem ort finanzieller freiheit hinter dein deiner persönlichen vision ja absolut also genau eigentlich wie bei dir und ich habe für das rente mit 40 buch eben auch viel recherchiert was macht glücklich da gibt es studien dazu und da steht nicht materieller wohlstand berühmtheit das sind nicht die faktoren nummer eins faktor der ein glückliches leben ausmacht sind soziale beziehung okay das heißt wenn du irgendwie so ein geiziger knausiger typ ist der nie jemand einlädt schon mal nicht so cool und danach kommt sinnstiftende tätigkeit gesundheit solche sachen das heißt für mich war aber auch schon immer klar ich habe meinen ingenieursjob gekündigt zwei wochen gechillt super aber dann ist langweilig so du willst was machen und ich glaube auch ich möchte bis ich 90 bin arbeiten ich möchte aktiv was machen aber mir gefällt der gedanke immer mehr entscheiden zu können in welchem zeitlichen umfang oder kam kind cool ich mache bisschen weniger mit wem ich mache und an was ich arbeite und ingenieursjob obwohl er gut bezahlt hat für eine 35 stunden woche am ende was ich dort gemacht habe war zum zum ende einfach nicht mehr sinnstiftend und jetzt nur quasi in dem job zu bleiben und dann rechnerisch mit 40 irgendwie raus zu sein das ist es halt nicht und deshalb habe ich da quasi schon gekündigt auch wenn es mich finanziell schlechter stellt wie man erst mal dachte so den sicheren ingenieursjob kündigen kann es doch nicht machen aber da war zum ersten mal der punkt die meisten sind in dem job der ihnen nicht gefällt leider also es gibt die gallup studie die sagt über 70 prozent der angestellten machen dienst nach vorschrift mögen ihren job nicht machens weil brauchen das geld und das ist für mich so ein erschütternder gedanke auch als ich gekündigt habe in der abteilung das waren junge motivierte gut ausgebildete leute haben so viele gesagt super hätte ich auch machen sollen aber ich habe gerade ein haus gebaut habe gerade ein kind bekommen und das hat mir noch mal vor augen geführt wie schade das eigentlich ist dass man quasi so viel lebenszeit mit was verbringt das ja ein irgendwie mürbe macht oder überhaupt nicht freude macht und deshalb war es im eigenexperiment super zu sehen ich habe in den vier jahren ingenieursjob quasi von 0 euro auf 140.000 euro vermögen angespart investiert ohne mich einzuschränken immer ganz wichtig ohne verzicht und das hat mir dann hätte meine ausgaben für sieben jahre gedeckt und so habe ich als beamtensohn mit sicherheitsbedürfnis gesagt okay ich kann jetzt mal kündigen und wie du sagst ja mal in ruhe überlegen was ich jetzt machen möchte das war so das erste war cool und ich habe dann nachdem ich geld geld war mir egal hauptsache ich will wieder mit motivation aufstehen okay und dann bin ich so in die richtung von meinem frühen hobby websites erstellen leuten helfen dass sie bei google nach vorne kommen in die schiene gehe gerutscht aber habe gemerkt war krass mir gefällt es gerade wieder was ich mache und nach einem jahr schon habe ich mehr verdient in der selbstständigkeit als im tollen ingenieursjob und nach zwei jahren irgendwie doppelte und so jetzt ist halt nach oben offen was tolles und das war für mich ein cooles learning hey wir müssen irgendwie nicht so ein job machen den wir hassen sondern es bringt auch super viel mal sich zu hinterfragen weil da gehen auch super viel kosten wenn man mich so nach dem größten spartipp fragt dann ist es auf keinen fall fahr für den coupon 50 cent sparen bei der tomate in laden weiter sondern eher du hast deinen job und gehst deshalb immer feierabend bierchen trinken weil es war so stressig heute und am wochenende lassen wir raus nach paris weil ja das ist das nervt mich hier alles so wenn du auf einmal einen job machst der dir irgendwie gefällt dann brauchst du nicht so kompensationsurlaube weil das so kacke ist dein leben und das war auch so ein learning und dann sparst du richtig viel das heißt ich glaube für viele ist so die option hey vielleicht mache ich einen anderen job der vielleicht weniger verdient aber dafür gefällt mir der mehr oder ich mache freitags frei bastel meine website starten podcast über mein hobby künstliche intelligenz weil das finde ich schon immer toll oder sowas ich glaube diese option zu haben das hat mir dieses vulgarismus konzept eröffnet und das ist für mich finanzielle freiheit so die option zu haben zu können aber nicht zu müssen das hat der jochen mollfinger zeitmillionär auch ein gutes buch geschrieben mal gesagt das ist so mein ding ich möchte in den zustand immer mehr kommen das ist ja auch schrittweise dass ich sagen kann zum beispiel jetzt ich mache so 20 prozent tausche ich geld gegen zeit mache seo beratung für kunden die ich noch mag und 80 prozent der zeit ist aber schon ich bin hier im büro wir bauen eine crypto website einfach weil wir bock haben muss kein geld verdienen einfach mal machen und so kann der zustand eigentlich bleiben für immer also ich möchte aktiv sein challenge haben aber einfach selber bestimmen können mit wem arbeite ich und und an was das ist für mich eigentlich so dieses diese vision von finanzieller freiheit begriff kompensations urlaub habe ich noch nie gehört gefällt mir sehr gut kann ich mich sehr wiederfinden auch in der vergangenheit sehr viel urlaub oder muss man rückblickend auch sagen ja immer wieder immer wieder da da raus zu kommen und hat sicherlich einiges auch gekostet hat natürlich auch schöne schöne erfahrungen gesammelt so ist nicht dann hast du noch was gesagt und so habe ich frugalismus immer interpretiert nämlich im jetzt zu verzichten um später etwas zu haben ich habe wenn ich jetzt so ein titel hier gelesen hätte rente mit 40 frugalismus finanzielle freiheit und glück durch frugalismus hätte ich immer gesagt da ist doch wieder das konzept dass du im grunde in fast deinen besten lebensjahren verzichtest also zwischen 30 und 40 will ich mal sagen weil zwischen 30 und 40 ist oft so der die phase im leben wo du gesund bist geld hast und keine zeit in der regel ja also bei den meisten menschen weil sie eben sehr viel arbeiten dazu noch family familiengründung kinder und so weiter und das ist so ein das ist so ein punkt den ich jetzt gedacht hätte dass das frugalismus eben passiert jetzt verzichten war mal von 20 bis 40 also in den besten lebensjahren um dann irgendwann mal irgendeinen zustand zu haben so habe ich ihn interpretiert genau das würde mich überhaupt nicht vom hocker reißen also ganz und gar nicht weil gerade wenn man auch irgendwie spart dann ist für mich immer super wichtig zu sagen naja es könnte morgen vorbei sein so wünsche ich niemand aber morgen kann man unfall haben und dann war es ist und dann würde ich mir nicht sagen oder hätte ich mal gestern noch das schnitzel gegessen und da noch ins kino gegangen das heißt ich ich fühle mir schon vor augen lass das leben heute cool machen und auch da noch eine gute buchempfehlung die zero so stirbt mit null der die message eigentlich auch so rüber bringt zwischen 30 40 wir haben wir sind aktiv also du hast eher mehr vermögen je älter du wirst aber du kannst weniger machen sogar ein aktivitätsradius wird kleiner das heißt man sollte eigentlich mehr ausgeben in den jungen jahren aber eben für momente erlebnisse und nicht unbedingt für konsum objekte die nach einem halben jahr normal sind und gar keine freude mehr bringen das habe ich mich auch gefragt so gerade bei urlauben ich habe luxusurlaub rodders sporthotel geil ist auch mal cool und argentinien backpacking und zwei monate sozialprojekt in der schule gearbeitet und wenn ich mir dann überlegt habe was waren denn jetzt die bleibenden momente naja das war eher dieses backpacking projekt oder mit kumpels durch die berge dosenbier im see das jetzt nicht unbedingt teuer war aber so ein bisschen anstrengend coole gesellschaft dann habe ich mir gesagt naja dann macht es doch sinn irgendwie häufiger solche sachen zu machen und nicht zu denken boah mal die dieven und noch weiter und pauschal und noch teurer dann wird es auch cooler sondern so als absolute lebensfreude ist für mich eigentlich ja cooler ich erlebe was das ist ein bisschen anstrengend und dann überleben wir es und weiter geht es also solche momente mehr zu schaffen und auf keinen fall quasi sich für später irgendwie was aufzuheben so war es ja bei mir so rechnerisch ingenieurs job okay mit 31 machst du noch bis 40 dann bist du frei aber ich will ja nicht jetzt einfach die zeit hier absitzen kack leben haben und damit 40 irgendwie da kann ja sonst was passieren und deshalb habe ich da ja auch schon gekündigt obwohl es mich ja finanziell schlechter stellt aus meiner sicht erst mal also das ist so ein punkt genau das leben heute leben genießen aber trotzdem nicht dumm im sinne von ineffizient dass ich mein geld ausgehe für dinge die mir langfristig irgendwie gar kein glück bringen und da kommt man einfach ganz schnell rein also ich habe auch viele dinge ausgegeben die ja einfach dumm waren im sinne von ich gebe viel aus bekomme aber wenig lebensfreude langfristig zurück und da hat mir dieses frugalismus prinzip eigentlich so ein bisschen die augen geöffnet sich mehr zu konzentrieren ich will gar nicht karriere machen und freitags noch länger im büro bleiben für ein bisschen mehr geld sondern ich will eigentlich freitags frei ja okay dann bin ich vielleicht auf dem falschen weg ja gut stimmt okay ich kündige mache jetzt mein eigenes ding solche gedanken mal zuzulassen hilft glaube ich ja viel mehr je früher man das macht spannend dass du das buch zitiert hast von bill perkins deutscher titel ist glaube ich lebe ein reiches leben statt arm statt ein statt statt ein ne ich weiß gar nicht lebe ein reiches leben kennst du den ich kenne nur den englischen die aber das kann ich warte mal ich google mal kurz ist auf jeden fall ein sehr cooles sehr cooles buch auch auf deutsch also falls jetzt auf deutsch lesen wollt lebe ein reiches leben statt reich zu sterben so rum schuht raus und aus dem buch habe ich das den den begriff den ich so mag mitgenommen erinnerungsdividende und der basiert ja quasi auch darauf dass du sagst so ein erlebnis mit deinen kumpels jetzt dort irgendwie am see dosenbier getrunken und mussten alle lachen und wie auch immer wenn ihr euch jetzt seht müsst ihr immer an diesen an dieses erlebnis denken und habt ein grinsen und genau das die erinnerungsdividende ja und je früher man sozusagen auch diese erlebnisse macht desto mehr zehrt man quasi von der dividende ähnlich wie ein aktieninvestor wenn du mit mit 20 irgendwie im alter von 20 jahren diesen aktientitel kaufst coca cola und dann irgendwann warren buffett bist mit 94 dann hast du halt ganz ganz lange von dieser dividende gezehrt ja und äh äh also super super buch und hat mich auch äh dazu gebracht nochmal ähm wirklich mehr darüber nachzudenken im jetzt diese diese erfahrung zu machen und in erfahrung auch ganz bewusst zu investieren und ähm sagen dort nicht äh dort nicht sozusagen den größten sparhebel anzusetzen sondern den eben woanders zu haben total genau und ich fand aber auch inspirierend dass es einfach so echte geschichten gibt die einfach finanziell unabhängig sind also für mich war klar mach irgendwie karriere schweres studium praktika und arbeite dann lange und viele stunden und dann hast du viel geld aber warum ich viel geld wollte wusste ich auch nicht damals ähm und dann habe ich gesehen ähm frugalismus die leute sind irgendwie 40 oder 42 und haben eine milio aktiendepot und können davon einfach leben happy und wow wie haben die das gemacht also es gibt andere modelle auch als familie auch als unternehmer als angestellter und das war die inspiration für das buch auch so echte geschichten weil ich war nicht 40 ähm und auch nicht finanziell frei aber der titel war so und wollte ich es authentisch machen und habe mir einfach so 14 echte geschichten aus deutschland rausgesucht die zeigen dass es geht ähm nicht jeder muss das wollen weil die haben alle mehr gemacht als den nine to five job um da hinzukommen aber es war toll für mich zu sehen ja mit jemandem zu sprechen der zwei kinder hat in münchen lebt mit 500 dollar aus indien nach deutschland kam und jetzt einfach irgendwie elf abbezahlte immobilien hat von denen lebt er und jeden tag macht er irgendwie fahrrad tour holt seine kinder ab macht das worauf er spaß hat und mit so leuten zu sprechen ist einfach cool weil davon hört man so im mainstream einfach zu wenig da heißt so mach dein nine to five und wenn er dir nicht gefällt ja so muss es sein das ist halt arbeit und ich glaube heute auch mit den online geldverdien möglichkeiten ich kann ein kumpel von mir hat ein tiktok kanal über ameisen weil er ein ameisen terrarium hat und hat ein werbedeal mit berliner and store der ameisen futter verkauft also du kannst heute somit egal wie abstrus sein hobby ist geld verdienen dass ich glaube man muss nichts machen das einem total widerstrebt und das motiviert mich auch heute noch also ich will nicht leute motivieren oder ich selber ich will nicht drei achten ich weiß dass das bin ich nicht das macht mich glücklich aber dieser punkt mehr freiheit zu haben die dinge zu machen die einen selbst erfüllen die man wo die stärken liegen was spaß macht das ist so meine motivation auch heute noch ja über das thema finanzen einfach zu sprechen schön fand ich gerade noch den satz nicht dinge zu kaufen die langfristig gar kein glück bringen was was waren so typische anschaffungen fehler die du vielleicht in der vergangenheit mal gemacht hast wahrscheinlich hast du nicht schon immer so effizient gehandelt ja ja und auch jetzt lerne ich immer noch dazu aber ich werde einfach bewusster aber das heute kannst du einfach so schnell dinge kaufen du siehst bei bei meinem kleinen bruder irgendwie der hat eine spielkonsole und so cool wie ich auch dann gehst nach hause amazon one click gekauft dann ist es da und nach zwei wochen merke ich so oft spiele ich jetzt auch nicht und jetzt steht sie nur rum und hat wieder geld gebunden für das ich ja mal gearbeitet habe also meine zeit investiert habe doppelt so viel brutto um das zu erwirtschaften und das waren dann so gedanken ich habe auch mal gesagt ich bin rennradfahrer okay ich kaufe ein rennrad und ja nach zwei jahren hat gemerkt nee bist du nicht fühlst du nicht kann wieder weg und das war zu oft dass ich mir jetzt einfach so mich einfach ein bisschen mehr hinterfrage okay warte doch noch ein paar tage und dann wenn es immer noch cool findest gut dann kaufe ich aber um da einfach so ein bisschen rauszukommen ständig neue anschaffungen die dann doch nach zwei wochen normal sind und nach vier wochen schon nerven da einfach so ein bisschen schritt zurück zu treten das hat mir viel geholfen ich merke das ich bin so ein ich weiß gar nicht woher das kommt bin so ein uhrenfan so luxusuhren mag ich total gerne und kann dir da so viele modelle auch sagen und erkenne so von weiten welches modell das ist und so ja da kannst du ja unendlich viel geld sozusagen für ausgeben und ich habe so jetzt in meinen jahren ich glaube die erste Uhr war mal eine Breitling die ich mir gekauft habe nach dem Verkauf meiner ich hatte mal Lieferservice-Geschäfte gehabt und dann habe ich mir die gegönnt und das war die hat mich dann total begeistert und ich habe so richtig Motivation bekommen und dann irgendwann ist das aber abgeflacht und dann musste es die nächste Uhr hat mich dann begeistert eine Rolex und dann habe ich wieder gesagt okay den Traum willst du dir verwirklichen und dann habe ich auch diesen Traum mir irgendwann verwirklicht und dann war es eben nicht die Rolex sondern die nächste musste dann wieder her und dann habe ich mir auch die verwirklicht und dann war es auf einmal nicht mehr Rolex sondern Audemar Piquet und dann und so geht die reine die Geschichte ewig weiter ja bis an mein Lebensende jetzt finde ich das jetzt finde ich das teilweise ziemlich affig muss aber auch sagen dass am Ende mir das immer ganz viel Motivation geschenkt hat Motivation Gas zu geben in meinem Leben ja dass du sie noch nicht hattest wahrscheinlich als ich sie hatte muss man sagen ist der Effekt und das beschreibe ich dann auch immer für einen wahrscheinlich wie dich der jetzt darauf gar nicht steht ja der sagt ey alter 10.000 Euro 20.000 Euro für einen Gegenstand der die Uhrzeit anzeigt Maurice das ist nicht besonders lohnenswert ja bei mir ist es ein bisschen anders ich gucke darauf auf diesen Gegenstand und es ist wie so ein Zeichen wie so eine Affirmation wie so eine Visualisierung und die löst halt Gefühle in mir aus und dafür ist der Gegenstand schon dann auch wieder nicht so teuer dafür dass du einen Gegenstand hast der deine Gefühle verändern kann aber das nimmt halt auch ab ne und das Gute an diesen an diesen Luxusuhren ist häufig dass du sie dass du da nicht groß Verlust machst sondern ganz im Gegenteil sogar sogar noch ein Gewinn und so weiter aber ähm ja hast du da hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? ja und also für das Buch durfte ich mich auch sehr so mit der Wissenschaft drumrum ähm auseinandersetzen und es gibt wirklich Dinge wie hedonistische Adaption heißt das Ganze also es ist ein psychologisches Phänomen eigentlich so ein krasses Beispiel mit ähm boah ich hab eine Million gewonnen das ist mega und dann hat man die weiter interviewt und nach einem halben Jahr haben die sich wieder immer mehr angenähert vom Glücksniveau und nach einem Jahr hat man keinen Unterschied mehr gesehen wie glücklich die Menschen sind und das ist auch krass und das sieht man mit allem das heißt wenn du dir deine Rolex ich finde die Uhren auch toll ähm für mich wäre das aber auch ähm eher ich würde sie nicht tragen ähm also ich würde ich würde irgendwo hinhängen und denken cool und würde es auch wegen den Emotionen boah bin stolz hab einen Meilenstein erreicht das ist das ist cool aber ich weiß halt auch wenn du wenn ich mir ich hatte irgendwie so Rich Kids im Studium die haben also ich war ein 12 Quadratmeter Studentenwohnheimzimmer und die haben vom Papa vier Zimmerwohnungen bekommen und ähm so und dann hab ich die aber noch nie beneidet weil ich hab die 12 Zimmerwohnung das 12 Zimmer 12 Quadratmeter Zimmer gefeiert weil auf einmal so weg von zu Hause alleine wohnen ich kann Tiefkühlpizza essen wann ich will mega ist eine Steigerung und dann die erste 5er WG boah viel größeres Zimmer und dann jetzt 2er WG und dann alleine wohnen das heißt ich hab ganz oft so mehr Freude erlebt wohingegen wenn ich mit 4 Zimmerwohnungen von Papa starte dann gewöhne ich mich nach 6 Monaten genauso dran wie ich das ist hedonistische Adaption einfach das ist normal wenn ich mir den Porsche kaufe boah ich hab einen Porsche mega nach einem halben Jahr ja ist mein Porsche aber gibt auch Ferrari ähm und das ist einfach so und diesen Effekt kann man sich ja auch zunutze machen das heißt diese Lifestyle-Inflation eher so schrittweise nach oben fahren ich konnte mich sehr oft freuen weil ich so kleine Verbesserungen gemacht hab die Wohnung wurde schrittweise größer dann hab ich immer wieder Freude erlebt und das versuche ich einfach auch bei allen Dingen zu machen ich könnte mir jetzt auch Penthouse-Miete leisten kaufen super aber ich wüsste ja und dann danach weil nach einem halben Jahr ist das Penthouse halt auch wieder nur das Penthouse und da so ein bisschen Bewusstsein für zu entwickeln wenn du Lebensfreude maximieren willst dann macht es am besten in kleinen Schritten immer wieder kleine Verbesserungen macht einfach mehr Sinn als ja direkt zu übertreiben ja schön ich muss muss munzeln weil es ganz gut auf mich zutrifft und gepaart noch mit meiner Ungeduld ja besonders besonders schlimm ja wenn du wenn du alles immer ganz schnell haben willst und keine Geduld hast ja aber ein guter ein guter ein guter guter Hinweis hier an der Stelle und wie so oft ist ja Achtsamkeit und Bewusstsein für etwas zu haben immer der erste Schritt ne und deswegen fand ich das nochmal ein ein sehr schönes Bild weil alles hat ja dann auch irgendwie seine Zeit im Leben ne und wenn man wie du sagst ne wenn man jetzt wie ein Rich Kid ist und alles schon mit 18 haben kann sehr gefährlich denke ich auch ja total ja weil das macht ja auch Spaß irgendwie sich selber Dinge zu erarbeiten also der Prozess ist ja nachher wieder das schönste du kennst das irgendwie Unternehmen aufzubauen oder irgendwas bei null zu starten das ist toll wenn du die Rolex als Ziel hast weil du den Prozess wieder magst aber wenn du es erreicht hast oder Mount Everest besteigen dann ist jetzt ist so eine Lehre also eigentlich sind wir Menschen so gestrickt dass wir mögen Prozess aus der Komfortzone heraus Wachstum lernen dafür sind wir gemacht wir sind nicht gemacht ja um am Strand zu fläzen das ganze Leben also das zu wissen das macht dann auch so Entscheidungen ganz einfach ja geh doch mal den unbequemeren Weg kannst du mit dem Fahrrad mal zur Arbeit fahren bist du gleich ein bisschen entspannter und ein bisschen anstrengend aber seitdem habe ich irgendwie mehr Lust auf anstrengendere Dinge weil ich einfach weiß nachhaltig bringt mir das viel mehr Freude was ist deine Antwort auf die Frage ob Geld glücklich macht Geld macht nicht glücklich also wenn ich irgendwie unglücklich bin und ich denke boah wenn ich nur fünf Millionen habe dann bin ich glücklich das ist zum Scheitern verurteilt aber Geld kann die Rahmenbedingungen schaffen damit du sehr einfach dein Glück leichter findest also wenn du zu wenig Geld hast und Geld immer Thema ist dann ist es nicht cool weil du dich einfach zu viel mit Geld sorgen und so beschäftigen musst aber nur darauf zu hoffen wenn ich fünf Millionen habe dann bin ich glücklich funktioniert auch nicht weil ich durfte Leute kennenlernen die irgendwie da sind wo ich sage okay jetzt bin ich finanziell abgesichert irgendwie netto Vermögen drei Millionen Euro dann ist in meinem Kopf so cool dann ist eigentlich so relativ safe und dann lerne ich den kennen und ist jetzt voll alles easy oder nö gar nicht ich habe halt jetzt ein Haus aber die Terrasse kostet 40.000 und das kostet so also okay und das war auch so mein Learning naja du musst du musst heute quasi reich sein vom vom Kopf her deine Fähigkeiten alles was du hast und heute zufrieden sein oder dich sicher fühlen sonst wirst du das auch mit keinem Geld der Welt also das ist eher so ein psychologisches Ding das heißt ich glaube nicht dass Geld deine Probleme löst und dich glücklich macht aber Geld kann dir ganz viele Rahmenbedingungen geben um das Glück leichter zu finden bei mir ohne meine sieben Jahre Puffer die ich angespart habe hätte ich den Ingenieursjob nicht gekündigt und ich bin heute einfach viel zufriedener durch den Schritt weil ich da Rücklagen gebildet habe also da hat Geld einen krassen Einfluss gehabt indirekt auf meinen auf meine Zufriedenheit gar nicht weil ich mir jetzt tolle Sachen gekauft habe sondern eher weil ich mir den Luxus gegönnt habe einfach mal selbstständig auszuprobieren neue Sachen zu machen also in dem Sinn glaube ich kann Geld das sehr erleichtern aber sich nur darauf zu verlassen okay durch Geld werde ich jetzt happy und gerade bin ich total unglücklich das funktioniert das funktioniert glaube ich nicht ganz interessant ich habe ein paar Bekannte die haben denen es gelungen einen richtig fetten Exit hinzulegen und da ist einer ich glaube der hat 28 Millionen dadurch der eine sogar über 60 also schon richtig fette Summen und das ist ganz lustig man mag ja so annehmen und so war es bei mir auch in meiner über die letzten Jahre als ich in dem Job war ich habe irgendwann mal gesagt wenn du 100.000 Euro hast dann bist du sicher da fühlt sich sicher 100.000 so ähnlich wie du gesagt hast da kannst du erstmal ein paar Jahre im Zweifel von leben dann hatte ich irgendwie 100.000 in meinem Aktiendepot dann dachte ich so naja also 200.000 wäre schon besser aber da hast du 100.000 so die Sicherheit und dann nochmal 100.000 Aktien das ist schon besser dann hatte ich irgendwann 200.000 dann habe ich gesagt 300.000 ja und so ging das immer und Ende des Leads habe ich mich nie sicher gefühlt durch den durch den Geldbetrag ja sondern Sicherheit entsteht immer im Kopf und das Lustige ist jetzt mag mir jemand sagen na gut aber 500.000 ist auch noch nicht so wirklich sicher ja kann ja auch weiß ich was sein ja das Lustige ist bei diesen Menschen die ich kenne zumindest die 29 Millionen haben oder über 60 Millionen mit mit um die 30 mit Anfang 40 die fühlen sich auch nicht sicher weil die wieder Angst um ihr Geld haben ja und sich wieder ganz viel Gedanken machen ja und was ist jetzt wenn ich das nochmal verliere und wie kann ich das irgendwie sichern und so weiter ne darf auch keiner wissen und also dann entstehen wieder ganz andere Herausforderungen sodass ich glaube dass die Summe deines Vermögensstandes nur die die Herausforderungen definiert in deinem Leben und das Einzige was definiert ob du glücklich oder nicht bist ist dein dein Mindset sind deine Gedanken deine Einstellung total ja das war auch super interessant zu sehen dass ich quasi nach also ich habe gekündigt den Ingenieursjob und auf einmal okay wo kommt jetzt Geld her das ist schon komisch wenn du quasi immer angestellt warst war alles safe und jetzt auf einmal okay und dann habe ich gemerkt okay super jetzt habe ich irgendwie dreimal so viel Geld wie am Anfang irgendwie 300.000 Vermögen aber ich fühle mich kein Meter sicherer sondern da war nur wichtig was kommt monatlich rein das war auch so eine Erkenntnis okay so irgendwie oder ich kenne jemand der ist im abbezahlten Haus der sagt auch ja gut da kann ich mir auch nichts von kaufen da lebe ich halt drin dass so die Punkte die dir Sicherheit Sicherheitsgefühl vermitteln gar nicht die sind die wir am Anfang denken irgendwie so dreimal so viel Puffer auf dem Konto ja das hat irgendwie nichts bewirkt dann war es so monatlich Cashflow was kommt rein und mittlerweile ist es so jetzt so nach vier Jahren Selbstständigkeit fühle ich mich finanziell viel sicherer als in meinem Ingenieursjob was interessant ist und gar nicht weil jetzt mein Vermögen krass größer geworden ist sondern weil ich jetzt einfach so viele Fähigkeiten aufbauen konnte so dass ich weiß wenn mir morgen alles wegnimmt Website offline alles wir nutzen nur noch JetGPT zum Suchen dann habe ich einen Monat später wieder ein Einkommen und diese Sicherheit hatte ich im Angestelltenjob noch nicht da war ich spezifiziert trainiert Projektleiter Entwicklung Filter-Elemente okay und das waren die Scheuklappen und jetzt ist einfach so dass man sich ja dass die Fähigkeiten Mindset Leute dass sowas eigentlich viel mehr mein Sicherheitsgefühl verbessert hat als ja nur die Summe auf dem Konto Du hattest vorhin gesprochen hast du in deinem Buch ich glaube 14 ich habe es noch nicht geschafft zu lesen aber werde ich auf jeden Fall nach dem Gespräch jetzt erst recht du hast davon gesprochen dass du ich glaube 14 warst 14 will man sagen Frugalisten Vorbilder oder insgesamt erfolgreiche Frugalisten ich weiß nicht wie man sie bezeichnet interviewt hast kannst du mal ein zwei Geschichten davon teilen vielleicht die die dich persönlich jetzt am meisten inspiriert haben ja genau also das das am meisten inspirierendste war eigentlich gerade die Geschichte von dem Inder der ja quasi mit einer guten Ausbildung er hatte seinen Bachelor in Elektrotechnik glaube ich in Indien gemacht und kam aber wirklich ohne Sprachkenntnisse mit 500 Dollar in der Tasche aus einem superärmlichen Gegend dort nach Deutschland der Papa war Arzt in Indien und er hat halt mitbekommen wie irgendwie Kinder gestorben sind weil die Familie halt nicht Geld hatte für die rettende Impfung die sie gebraucht hätten von zwei Euro oder sowas also das ist so wie er aufgewachsen ist und zu zwölft in einem Haus ganz normal und der kam jetzt hierher und ich fand extrem inspirierend der war sich natürlich auch für nicht so schade der hat so gesagt ich gucke ob es klappt ich habe Geld irgendwie muss ich mich irgendwie durchschlagen wenn es nicht klappt gehe ich halt wieder zurück hat nicht hat nicht funktioniert und mit dieser also mit ihm zu sprechen war einfach das war so für mich Coaching da war mir Interview fürs Buch irgendwie egal ich habe am Schluss noch die Fragen gestellt die ich gerade wissen wollte aber der hat es einfach geschafft der hat seinen gut bezahlten Konzernjob gemacht viel gearbeitet aber eben trotzdem noch am Feierabend Immobilien gekauft die renoviert irgendwie Kind zur Kita gebracht nachts weiter renoviert hat irgendwie nur noch Reis gegessen bis der Arzt gesagt hat du ist nicht so ganz cool mach noch ein bisschen andere Sachen in die Ernährung mit rein weil und er hat sich gesagt ja das ist ja noch so ein temporärer Zustand ich mache das so ein bisschen als Challenge cool und dann kommen wieder andere Zeiten und jetzt hat es geschafft ist so mit 40 elf abbezahlte Immobilien alles easy lebt in München in einer Wiedwohnung und da habe ich ihm auch gesagt ja du hattest natürlich auch vielleicht ein bisschen Glück damals konnte man das noch kaufen jetzt heute was wäre wenn du das heute jetzt nicht mehr so zentral da in München hättest ja wäre doch kein Problem dann würde ich halt eine Stunde außerhalb da ist es auch schön da hat es viel Grünes und so weiter also von ihm habe ich so gelernt der ist einfach der weiß so die Perspektive ist richtig der hat einfach durch die Erlebnisse auch von früher weiß der worauf es ankommt wenn im Konzern war hey Leute die Präsentation für den Kunden die muss bis heute Abend um elf noch fertig sein wo er auch gesagt Leute es stirbt hier niemand also jetzt mal irgendwie Ball flach halten was sind wirklich die harten Fakten und die Perspektive zu haben zu entscheiden was möchte ich und ihn habe ich auch gefragt ja willst du jetzt so ein Haus mit Garten irgendwie als nächsten Schritt nö mein Garten ist hier so an der Isar Park ich muss mich um nichts kümmern wenn ich mit den Kindern in den Garten will dann gehe ich einfach runter der Garten wird für mich sauber gehalten der wusste einfach genau was er möchte er will wenig Aufwand er hat auch gesagt er kauft nicht die super Rendite Immobilien sondern lieber weniger Rendite dafür kein Aufwand so er weiß einfach wie sein Leben aussehen soll er braucht kein Haus möchte wenig Aufwand mit den Dingen zu haben macht jetzt Fahrradtouren geht morgens irgendwie auf den Berg wandern dann holt er seine Kiddies ab also das ist glaube ich das wertvollste was wir für uns tun können so sich bewusst zu machen was macht mich glücklich wie will ich mein Leben haben weil das was uns von Social Media oder Medien suggeriert wird das ist einfach meistens falsch sondern wenn man da rausfindet so was bin ich für ein Typ was für ein Alltag wäre wenn ich alles Geld der Welt hätte wie würde mein Alltag aussehen solche Fragen sind glaube ich super wertvoll dass man so wie ich dann merkt okay Karrierepfad das ist irgendwie gar nicht mein Ding wo ich hin will ich dachte nur immer Beste sein aber sich da früh klar zu werden das hat mich bei ihm super inspiriert und noch einfach so ja so einfach bescheiden zu sein um zu sagen ey Leute auf der ganzen Welt passieren ganz andere Dinge das ist jetzt nicht existenziell ob hier die PowerPoint-Präsi steht bis 11 Uhr sondern worauf es irgendwie wirklich ankommt das ja hat mich so am meisten inspiriert von den Leuten Du hattest vorhin mal gesprochen über den Coffee to go der gar nicht bewusst konsumiert wird als Zeitsparmöglichkeit ich glaube erstmal ist ja auch hier in diesem ganzen Bereich Finanzen wofür gebe ich mein Geld aus der Punkt Überblick ich muss erstmal ein Bewusstsein einen Überblick haben über meine Ausgaben wie ist da so der erste Schritt wenn man sagt ja ich finde den Aspekt jetzt auch nach dem Gespräch heute meinetwegen über Frugalismus schon spannend und ich möchte effizienter mit meinem Geld umgehen hast du da einen Tipp wie ich anfange? ja also mein Tipp wäre natürlich mal ein Buch zu kaufen gar nicht aber jetzt gar nicht um hier Selbstvermarktung zu machen sondern nur beispielhaft um mir oder einen Blog zu lesen von Leuten die da sind wo ich sein will um sich so eine Vision zu schaffen warum will ich das überhaupt? dass ich mir irgendwie sage boah es wäre schon super wenn ich irgendwie meinen Alltag komplett freigestalten könnte was würde ich dann machen? ich würde das machen würde das machen? okay und dafür lohnt es sich jetzt irgendwie auch mal Ausgaben zu hinterfragen ein bisschen ein bisschen was aufzuschreiben also eine positive Vision zu schaffen und nicht ja man hat gesagt ich soll weniger ausgeben verzichten das ist so das ist so negativ da hat niemand Lust das irgendwie durchzuziehen aber wenn man so eine Vision baut warum will ich das? wie würde mein Alltag aussehen? dann hat man die Motivation und dann ist es wirklich ich möchte, dass jeder ein Kuchendiagramm zeichnen kann wo sein Geld hingeht und für Miete, Telefon können wir das da kriegen wir schriftliche Rechnung aber so Essen, Trinken, Freizeit Feierabend, Bierchen da Klamotten das mache ich ja nicht jeden Monat gleich oder Urlaub aber auch da lohnt es sich mal so ein normales Jahr aufzusummieren das sind meine Urlaube so viel geteilt durch zwölf ok 90 Euro im Monat für Urlaub dass die Klarheit einfach mal da ist das kann man entweder machen mit dem Bargeldtrick ich war immer zu faul für Haushaltsbuch aber man kann auch einfach mal sagen wie gut kenne ich mich selbst ich glaube 300 Euro im Monat für Essen Trinken dann mache ich 300 Euro am Monatsersten im Geldbeutel bar und zahle mal einen Monat alles bar damit aus der Kategorie wenn es nicht reicht hole ich mir Nachschub kein Problem aber ich schreibe mir auf wie viel ist es denn wirklich und nachher kommt raus 500 Euro oh krass ok wusste ich gar nicht und nach 30 Tagen weiß ich dann mal so wie mein Leben aussieht und dann kann ich einfach objektiv wieder hinterfragen allokiere ich mein Geld gut wo führt das hin oder ist nicht hier Coffee to go irgendwelche Sachen dabei die mache ich blind weil ich es schon immer so mache aber die bringen mir gar nichts aber ich brauche diese Klarheit deshalb so die Motivation einfach mal sich so für 30 Tage als Challenge das wirklich zu notieren und dann auf den Kreis zu schauen und zu überlegen ja ist das cool so dann alles gut aber meistens ist es so weil man es einfach nicht auf dem Schirm hat hey was ist wenn ich irgendwie 100 Euro mehr monatlich investiere oh krass dann könnte ich quasi schon auf eine 4 Tage Woche in 5 Jahren gehen statt in 7 oder so dass man so das Positive für sich rauszieht das hilft einfach am meisten weil nur was wir messen können wir auch verbessern und die meisten haben nicht den Überblick und das muss man aber auch nicht sein Leben lang machen sondern mal einen Monat zwei Monate dann kennt man die Zahlen das ist auf jeden Fall mein Vorgehen was auch immer so das größte Sparpotenzial hatte und das ist nicht 50 Cent bei Tomaten zu sparen sondern eher mal so auf die großen Posten zu gucken wie sehr mag ich meinen Job gäbe es vielleicht eine Alternative oder freitags frei an meinem Hobby zu arbeiten auch wenn es weniger Gehalt bedeutet solche Fragen sich zu stellen auf Basis seines Kreisdiagramms das ist glaube ich der beste Stadt dem ganzen Thema jetzt hier Fugalismus bietest du da irgendwas an in dem Bereich ein Coaching oder was ist da dein Ansatz ne ich biete Blogartikel Interviews das Buch so für Inspiration was ist möglich und wir haben auch mal eine App gebaut Monetas kann man sich kostenlos im App Store runterladen ist einfach ja Haushaltsbuch quasi in schick kann ich mir gibt auch eine kleine Vermögensprognose motiviert ein bisschen wenn ich jetzt quasi mit dem Rauchen aufhöre und 200 Euro mehr investiere cool dann habe ich irgendwie 100.000 Euro in 10 Jahren solche klein motivierenden Spielereien die kann man mit der App ganz gut machen genau aber sonst ist es einfach nur ja Frugalistengruppe auf Facebook wer Lust hat kann man sich so austauschen unter Gleichgesinnten kennst du ja auch mit der wichtigsten Stunde es hilft einfach so mit Leuten die das gleiche Ziel haben was zu machen genau das sind so die anderen Stellen und jetzt hast du ja schon ein paar Mal auch das Thema Investition angerissen was ist aus deiner Sicht für den Frugalisten die beste Investmentklasse oder gibt es das gar nicht wenn nein was ist für dich die beste Investmentklasse ja es gibt schon so die etablierteste ja breit gestreut Aktien ETFs geringe Gebühren diversifiziert alles cool aber was man auch sagen muss die wenigsten werden durch monatliche Ansparpläne in ETFs reich sondern die meisten also ich bin mittlerweile so ein Fan du musst erst mal eine Million verdienen und dann kannst du irgendwie darüber nachdenken investiere ich lieber in den Fonds da gibt es noch einen Prozent besser oder den ETF also ich finde gut ganz früh zu investieren dass ich weiß wie es läuft Börse geht runter und da sind Aktien ETFs ein super Vehikel dazu Sparplan kann es vergessen läuft im Hintergrund aber dann würde ich mich voll drauf konzentrieren wie kann ich jetzt Einnahmen generieren durch online zusätzlich ich habe einen Kurs wo ich Leuten zeige wie sie mit einer Website Geld verdienen können weil das bei mir so der größte Hebel war also das ist für mich ein viel größerer Hebel um voranzukommen und nicht okay ich mache meinen Job den ich eigentlich nicht so mag und spare monatlich in ETF das ist eine gute Basis aber würde ich schnell automatisiert links liegen lassen und dann zu gucken cool wie kann ich denn neben dem angestellten Job Zusatzeinkommen generieren ja das ist einfach der viel größere Hebel und nicht ich mache die siebte Excel um meine 17 ETFs noch besser zu optimieren weil ja verdiene erst mal ein bisschen mehr Geld dann ist das Investieren auch noch viel sinnvoller ja finde ich einen sauguten Punkt den du da den du da nennst ich kriege das auch sehr stark bei Instagram mit wie wie verkopft viele in dieser ganzen Frage sind auch schon welcher ETF Maurice welcher ETF soll ich nehmen und und ich bin da wirklich ein schlechter Ansprechpartner auch für weil ich mich mit diesen Dingen kaum auseinandersetze und ich habe ja schon einen relativ großen Hebel also in meinem Aktienport für Julio sind 600.000 Euro drin nur noch immer ist der Hebel zu klein damit ich da meine Zeit massiv rein investiere weil ich denke mir immer eins WhatsApp wurde zwei Jahre nach Gründung für 16 Milliarden verkauft ja der hat zwei Milliarden mal Vollgas gegeben und dann verkauft für 16 oder 19 Milliarden ich weiß gar nicht welcher betragt ich glaube 19 sogar das heißt in so einer Welt leben wir ja und wenn ich jetzt meine Zeit da rein die ganze Zeit stecke wie ich aus 500 oder 600.000 noch mehr Rendite erzielen kann am Aktienmarkt und selbst wenn ich ein richtiger Crack da drin bin dann dann wird es mir gelingen zwei Prozent mehr zu erzielen als der als der Markt oder so ja als der S&P 500 und dann wäre ich ja schon eine extreme Maschine wenn mir das dauerhaft gelingen würde ja zwei Prozent besser als der S&P 500 das heißt es werden 12.000 Euro auf diese 600.000 Euro gesehen und ich wäre dann wie viele Stunden da irgendwie mit beschäftigt ne also man sieht schon an dem Beispiel es macht wenig Sinn ja und ich versuche dann lieber WhatsApp zu gründen jetzt ja absolut aber das war auch so meine Erkenntnis ich hatte so das Ziel okay Aktiendepot Dividenden von Dividenden leben und dann hatte ich 100.000 im Aktiendepot und das ist auch nicht mal so eben angespart da brauchst du schon irgendwie ein bisschen Engagement aber dann habe ich irgendwie 120 Euro monatlich Dividenden bekommen okay cool und nebenher habe ich so Websites gebastelt irgendwie über das Hobby von meinem Kumpel Astronomie Teleskope und die hat irgendwie nach zwei Monaten 500 Euro monatlich gebracht und das habe ich dann so verglichen irgendwie 100.000 für ein Aktiendepot aufbauen oder ich mache mal so ein bisschen Website also da bin ich immer mehr der Fan von mach die ETFs aber bring dir das an einem verregneten Samstag bei yo ETFs sind cool mach das monatlich versuche nicht den Markt zu schlagen easy aber dann auch abhaken und dann lieber gucken okay wie kann ich denn sonst noch Geld verdienen weil ich kann mich ewig beschäftigen mit der Auswahl von ETFs so wie du sagst man muss auch schauen was ist so der Hebel von der Zeit sich nur busy zu machen und viel zu arbeiten bringt nichts wenn du nicht an den richtigen Dingen arbeitest und da ist glaube ich der viel größere Hebel so Side-Hustle online was kann ich noch so machen weil man auch einfach neue Fähigkeiten lernt was dann vielleicht sich später wieder auszahlt noch eine Frage das habe ich im Inhaltsverzeichnis entdeckt du hast der der Frugalismus hat nicht nur eine Säule ich weiß gar nicht ob der Begriff Säule war sondern Frugalismus hat für dich mehrere Säulen also eben nicht nur die Geldsäule sondern noch weitere welche gehören da noch dazu genau weil das Ziel laut der Definition ist ja dass wir das bestmögliche Leben für uns leben wollen und ein Punkt ist so finanzielle Freiheit ja ich muss lernen wie ich investieren kann warum es sinnvoll ist nicht alles auf dem Sparbuch zu haben finanzielle Freiheit die anderen sind dann aber was macht wirklich glücklich das heißt Bewusstsein dass ich mich selber mal hinterfrage was will wie will ich meinen Alltag verbringen was mache ich heute was vielleicht überhaupt völlig sinnfrei ist ich wollte meinen ersten Marathon rennen und trotzdem dreimal die Woche abends Pizza und Döner geholt weil der Tag war so stressig keine Zeit zu kochen und dann so okay das macht doch gar keinen Sinn macht doch irgendwie Wocheneinkauf gesünder dann ist der Marathon leichter und ja weniger Geld hast du auch noch rausgegeben also Bewusstsein zu schaffen so für den Alltag nächster Punkt ist aber auch Komfortzone weil nur wer wächst wer lernt also dafür sind wir Menschen glaube ich gemacht das heißt sich regelmäßig ja einfach irgendwie Waschmaschine kaputt ja dann versuch doch mal selbst zu reparieren nicht wirklich um Geld zu sparen aber um wieder so aus der Komfortzone ja krass wie geht das YouTube Video ah wieder was gelernt also so ein bisschen schwierige Sachen neue Sachen zu machen das ist so ein super wichtiger Punkt und einfach auch ja der Glücksfaktor soziale Beziehung neue Kenntnisse also ich muss auch gucken was Menschen glücklich macht und das ist einfach auch Dienst am Anderen oder was für andere ja anderen zu helfen es ist ganz egoistisch auch ein guter Move nicht nur wegen guten Gefühls sondern auch ja wenn du so die Dinge machst die andere Leute noch weiterbringt sei es auch weiß ich nicht eine alte Dame den Einkauf hochbringen solche Sachen wird man relativ schnell merken tragen schon ungemein zum Glücksgefühl bei und darum geht es ja nachher eigentlich also die Geldkomponente ist muss man im Auge haben einmal hinterfragen Bewusstsein automatisieren aber dann geht es eigentlich immer nur darum was macht mich happy welche neuen Fähigkeiten was für Momente kann ich schaffen für Erinnerungsdividende das Wort nehme ich jetzt auch an ja das sind eigentlich so so die Bausteine die ich so für mich identifizieren konnte Julian Wagner besten Dank vielen Dank für dieses Interview hat mir richtig viel Freude bereitet hast mir den Frugalismus richtig toll rübergebracht vermittelt und ja die Frage noch an dich wo findet man dich am besten welcher Kanal ist so dein dein Hauptkanal ja genau also Geldschnurrbart auf allen Kanälen entweder www.geldschnurrbart.de der Blog da gibt es so die meisten Infos YouTube bin ich am aktivsten aber Instagram kann mir auch jederzeit schreiben also ich beantworte selbst so klein bin ich noch also einfach schreiben cool Florian dann sage ich besten Dank an euch wie immer die Bitte eine Bewertung hier abzugeben bei Spotify bei Apple kann man sogar noch ein paar Wörter schreiben glaube ich das hilft dass der dass der Podcast weiter wächst was auch hilft ist wenn ihr Folgen die ihr cool findet teilt bei Instagram bei WhatsApp an Freunden Bekannten damit würdet ihr mir eine Freude machen und ansonsten bis zur nächsten Folge ciao ciao